Kleiner Disclaimer am Anfang. Es interessiert mich nicht. Jo, das war's dann auch schon wieder. Geil, Freunde, da sieht man's wieder. Das schöne Logo in HD. Lüge. So, ich hab mal wieder keine Ahnung, wo wir waren. Warum muss ich das eigentlich jeder Episode noch erwähnen? Das wisst ihr doch sowieso. Aha, das Laufwerk. Shut the fuck up! O.G. Low, der Knecht. Der möchte mal wieder von uns besucht werden. Junge, dieses scheiß Laufwerk, Alter, es lenkt ab. So. Ey, excuse me. Aua! Hey, die Scheiße hatten wir schon. Weil ich anscheinend das letzte Mal zu hol war, die Scheiße richtig abzuspeichern, muss ich jetzt die letzte Mission nochmal spielen. Super. Meine Ewigkeit später. Ey, fuck you, man. And I don't care what you heard. I ain't nobody's ass technician. Bitch. Ey, ey, what's up, Low? Technician ain't Dankster. That's what's up. I heard that. Listen, Carl. If I'm going back to a cell, I want to have a big party first. This may be my last chance to get hurt. Okay, so what's the plan? Well, I'm going to slide back over to Grove Street and get those cells boombastly fantastic. All right. So what you want me to do? I want you to get ready for the park and get some girls, man. Okay. Get some real fly girls. You know what I'm saying? The ones in the bikinis and shit in the videos. Ah, that's what I'm talking about. I told you, brother, I'm the chronicle of our struggles. The voice of the family is like Moses, only keeping it real. You said it. You know what I'm saying? Aber wir müssen uns jetzt erstmal freshe Klamotten besorgen. Am besten lassen wir uns da direkt noch von Justin beraten. Ey, Junge, verpiss dich von diesem Grundstück. Komm nie wieder her, du Bastard, Alter. So, ab in den Gucci-Store. So, Gucci. Da steht's. Ja, Mann. Das haben wir uns gekauft. Da brauchen wir jetzt natürlich auch noch eine passende Hose zu. Oh Gott, wie sieht das denn aus? Zum Kotzen. Das nehme ich. Hat er nicht hier auch noch irgendwas von Friseur gesagt? Seiten auf Null. Ich weiß, ihr wollt es. Und ich weiß auch, welche Vibes gerade dieses Gesicht transportiert. 20 Uhr geht der ganze Bums los. Scheiß. Damn, man. This lyrics is horrible. That dude needs some work, man. Hells yeah. What up, fellas? Hey, what's up with you, baby? So, you back on the block, huh? Hell yeah. You a real killer, huh? What he done that I ain't, huh? Stop him out, nigga. Hey, relax, man. Hey. A baller's posse is about to run up. They're headed up here right now. Looks like we backed them ballers against the wall, huh? Hey, CJ, strap up. Scroll Street. Uh, mitten im Geschehen hier, oder was? Hallo? Geht's noch bei euch, oder was? Jetzt darf ich alles alleine machen, oder was, ey? Ja, springt da runter, ihr Affen, Alter. Guckt euch die Scheiße an. Was ist das? Ist die dumme Hitbox-Time-Weg, oder was? Oh, mein Gott. Die Hitbox von der Laterne ist einfach vier Kilometer lang. Was soll die Scheiße? Oh, fuck. Soll ich mich jetzt drüber aufregen? Nein. Ey, das ist nicht zum Aushalten, Mann. Kannst du dir nicht ausdenken, ey. Wenigstens hab ich jetzt gelernt, wie groß die Scheiß-Hitbox von den Dreckslaternen ist. Was willst du, du Arsch? Verpitcht. Hier. Leute, du bist voll der Lutscher. Mann, ich hab' nie gesehen, wie die Baller rollen, wie so tief ein Brok. Ja, die hör'n, Carl Johnson war'n mit seinem Bruder wieder. Ja, für so. Komm, lass' gehen wir zurück zur Party. Shit, Mann. Als Lowe geteilt die Mic, dann die Party begann. Ich weiß, woher geht's richtig ab? Hier ist der Brennpunkt. Car! Oh, ja, wie? Ich mag das Status Quo, Carl. Ich mag all diese Bastards machen meinen Job für mich. Bläuchte sich auf die Bühne über die Seite. Dumb Bastards. Wenn ich meine Meinung habe, dass eine Tiede eine Unbezüge von der anderen hat, das wirklich schreckt mich, Carl. Also, was du sagst, Mann? Ich sage, die Ballers haben Gehäuser, Carl. Sie sehen die News. Ich sage, sie machen Freunde, schütteln, schütteln und schütteln für mehr als half-ass drive-bys. Es gibt viele Schäufe von Amerikanern, seit dem Fall der Wall, Carl. Man, cut that bullshit, Timpenny. Just say what you mean, man. Go check out a busy freight warehouse down the docklands and you'll see what I mean, Carl. Yeah, okay. Y'all take care now. For sure. Ja, spring in mein Auto, du... So ein Wichser. Ich muss den nicht ausdenken. Ich muss einen Weg nach innen finden. Verpeßdick, du Anson... Was passiert, wenn ich hier reinfahre? Nix. Hier, friss ein paar Molotow. Okay, geiler. So, Westen. Ah, shit. Die Treppe geht jetzt mit dem Gabelstapler wohl nicht hoch, wa? Geiler, das ist seine. Uh! Mieser Jumpscare. Du hast dir noch ein bisschen mehr Zeit beim Nachladen, Digga. Ist kein Problem. Scheiße. Wie viele sind das hier, Mann? Schnauze jetzt. Ja, vielleicht so? Was? Ja, und jetzt? Nix. Was war jetzt die Aufgabe? What the fuck? Ey, dann haut der auch noch ab, der... Bischwörstiger. Ja, wahrscheinlich hört das einfach auf, zu brennen. What the fuck? Was, Bruder? Nein, der Schweinereiter hat ihm gezeigt, wo der Hammer hängt. Macht einfach die Schnauze. Oh, danke, du... Nicht fluchen, Kevin. Die neue T-Wars von Twitch ist da. Man darf jetzt nicht mehr fluchen. Wisse was, Freunde, das soll's gewesen sein. Habt noch einen schönen Tag, genießt das tolle Wetter draußen, Kapi. Und ich würde sagen, man sieht sich. Bis zum nächsten Mal.